Hornlord, den Namen finde ich immer noch so geil. Ich bleib beim Hornlord. Ich fang mal mit Versampften an. So fies mit dieser invertierten Steuerung. Ich fang mal mit Versparen. Musik Oh Gott, der Teil war ja auch drin Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da war ich hier eventuell gerade mal wieder ein bisschen überfordert, was Trombone Skies ist das Lied, welches ich toll finde. Na dann gehe ich doch mal als nächstes auf das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ey, das war ja wohl besser als ein C. Ich fühle mich jetzt mal verarscht hier. Das kann ich auch nochmal probieren. Das kann ich auch nochmal probieren. Das kann ich auch nochmal probieren. Also ja, bei der letzten Note habe ich ein bisschen reingeschissen, aber ansonsten finde ich klang es ganz gut. Oh, das ist gut. Das gefällt mir besonders. Das kann ich auch nochmal probieren. Selbst da schaffe ich nur ein B. Ernsthaft? Bitte erheben Sie sich. Das kann ich auch nochmal probieren. Das kann ich auch nochmal probieren. Die Temse sieht übrigens in echt genauso hässlich aus, wie da auf dem Hintergrundbild gezeigt. Wollte ich nochmal an der Stelle sagen. Also die Temse sieht bei Nacht wirklich um einiges hübscher aus als bei Tag. Weil komm, das kann ich auch noch bringen. dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis gleich!